Hallo zusammen, hier ist wieder Heutella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Volk, den wir hier in der Bastion erspielen können. Und den finden wir einmal unter Erkunden, dann Shadowlands. Und das Ding heißt, was ist das für eine Melodie? Und für dieses Achievement müssen wir in jedem der unten aufgelisteten Tempel der Bastion unter dem Einfluss jeder Hymne stehen. Und da gibt es einmal die Hymne der Reinheit, die Hymne der Demut, die Hymne des Mutes und die Hymne der Weisheit. Und wie wir diese verschiedenen Hymnen bekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Ich befinde mich jetzt hier quasi im ersten Tempel und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 42, 25. Und hier in dem Bereich liegen so Schriftrollen rum und diese Schriftrollen müssen wir einfach anklicken. Hier hinten haben wir es schon, oder die liegen nicht rum, sondern die stehen so ganz komisch. Ist auch egal, auf jeden Fall können wir die anklicken. Und ich habe jetzt hier schon eine gefunden direkt vor dem Gebäude oder Höhle oder wie man das auch immer schimpfen mag. Und das können wir einfach anklicken und dann gibt es hier einen Buff drauf, Hymne der Weisheit. Und wenn ihr das angeklickt habt, dann habt ihr schon quasi das erste einmal abgehakt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die ganzen Spots der einzelnen Hymnen an. Es liegen hier übrigens noch mehr rum, also ihr müsst nicht unbedingt hier das alleine finden. Wenn bei euch keine da sein sollte, könnt ihr auch immer quasi hier im Server hoppen, einfach Bastion hier reinschreiben und dann in irgendeine Gruppe reinhoppen, auf einen anderen Server kommen. Und dann sind Off die Rollen wieder da. Ihr seht, hier jetzt ist die Rolle wieder da. Ich kann nochmal draufklicken. Ja, genau. Also das, falls ihr jetzt hier keine Rollen finden solltet. Dann bin ich jetzt hier am zweiten Spot und zwar am nächsten Tempel. Wir sind jetzt hier am Tempel des Mutes und hier müsst ihr einmal den Teleporter hier unten nehmen. Der portet euch hier hoch und dann könnt ihr hier rumlaufen. Und hier in dem Bereich liegen dann die Rolle des Mutes. Und ich habe jetzt eine gefunden. Wir sind jetzt auf den Koordinaten 34, 58 und hier liegt eine Rolle und diesmal liegen die wirklich rum. Die können wir auch wieder anklicken. Hymne des Mutes. Und dann müssten wir jetzt hier beim Achievement genau nochmal eins abgehabt haben. Hymne des Mutes. Und dann können wir weiter zur nächsten. Ich zeige nochmal kurz die Map. Hier unten waren wir jetzt gerade dran. So, wir sind am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten. Spitze der Reinheit schimpft sich das. Und hier sind wir jetzt auf den Koordinaten 63, 73. Hier habe ich die nächste Rolle ausgemacht hier auf der Bank. Hymne der Reinheit. Das klicken wir an. Und dann seht ihr, haben wir das Achievement auch eingetütet. Ich hatte glaube ich die Hymne der Demut schon. Die werden wir uns jetzt einmal noch besorgen. Und ja, sehen wir uns gleich da wieder. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier am Tempel der Demut. Hier oben auf den Koordinaten 68, 43. Und hier haben wir die letzte Rolle aufgetan. Die liegt oder die steht hier wieder oder fliegt in der Luft. Hymne der Demut. Die können wir jetzt auch mal anklicken. Ich hatte die ja schon. Also für das Achievement bringt das nichts. Aber wir kriegen wieder einen schicken Buff. Erlitten der Schaden um 15% verringert. Das Achievement haben wir ja tatsächlich schon einmal gerade eingetütet. Und ja, viel mehr gibt es hier nicht zu zeigen. Beziehungsweise zu sagen. Eine kleine Anmerkung vielleicht dennoch. Ähm, ihr könnt immer in dem ganzen Gebiet um den Tempel rum. Also hier einmal, hier einmal, hier einmal. Und das andere war hier oben. Ne? Gibt es x Spots, wo diese Rollen droppen können. Also ihr könnt da einfach ein bisschen rumlaufen und gucken, wo die sind. Oder ihr nehmt halt meine Spots, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und tut dann ein bisschen hoppen, sollten sie nicht da sein. Aber im Normalfall liegen die da eigentlich relativ häufig rum. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.